In einer Wikiminute passiert viel, wie in diesen 60 Sekunden über Wikimedia-Projekte. In nur einer Minute erklären wir, warum Sie Spendenaufrufe auf Wikipedia sehen. Wikipedia und zwölf wiki-basierte Online-Projekte werden von der gemeinnützigen Wikimedia-Stiftung gehostet und betrieben. Dies ist wichtig, da Wikipedia somit nicht durch Werbung finanziert wird. Es ist kostenlos und ihre persönlichen Daten werden nicht verkauft. Stattdessen wird Wikipedia hauptsächlich durch viele Einzelspenden finanziert. Dadurch sind die Inhalte von Wikipedia neutral und unabhängig von den Interessen von Regierungen, Investoren und Werbekunden. Spenden helfen uns, Server zu warten, Software zu entwickeln und erstklassige Technik einzusetzen, die unsere Projekte und 16 Milliarden Wikipedia-Aufrufe pro Monat unterstützen. Unterstützen Sie uns bei der Verbesserung und Ausweitung unserer Projekte. Schützen Sie freies Wissen, Privatsphäre und freie Meinungsäußerung. Und machen Sie Wissen frei zugänglich. Deshalb sehen Sie Spendenaufrufe auf Wikipedia in einer Minute erklärt. Noch eine Minute Zeit? Dann sehen Sie sich weitere Folgen der Serie an.